Kann ich mich nicht ausrüsten, weil ich... Nein! Oh, ich hab noch ein zweites. Leute, ich hab mich aus der Sehnen verdrückt. Oh mein Gott, war das Fail. Hey, meine Herbauken und herzlich willkommen zu der zweiten Folge der Hacker Challenge. Wir probieren unser Bestes heute als Hacker beladigt zu werden. Und es geht auch schon los. Ja, ich hab mir QuickSG heute ausgesucht. Eigentlich wollte ich das ja mit dem guten Debit Show aufnehmen. Aber der ist busy, busy, busy. Denn wir sind ja mitten in der Gamescom-Vorproduktion. Das bedeutet, ich hab auch wieder die gleichen Klamotten an, wie ich sie wahrscheinlich in dem Video gestern oder morgen, je nachdem, anhatte. Das ist nicht der Grund, weil ich mich nie wasche. Okay, vielleicht... Nein, Späßchen. Ich wasche mich jeden Tag. Jeden Tag. Glaubt ihr mir nicht? Doch, ist aber wirklich so. Okay, genug Palabra-Baba. Nee, Leute, es ist halt so, dass ich jetzt wieder die gleichen Klamotten anhab, weil ich halt vorproduziere für Gamescom. Und wir wollen jetzt als Hacker beleidigt werden. Lustigerweise in dem Video, was ich gerade aufgenommen hatte, ist es mir gelungen, ohne dass ich es probiert habe. Aber wir probieren es jetzt nochmal so. Ich würde sagen, wir killen jetzt erstmal die... Okay. Das Feedback zu der letzten Hacker-Challenge war übrigens phänomenal, Leute. So krass. Also, ich sollte auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie viele Likes wir gepackt haben. Aber wenn wir... Ich weiß nicht, wie viele Likes es waren. Aber wenn wir wieder so viele Likes packen, das wäre richtig nice. Ich glaube, es waren echt 2000 oder so. Kann das sein? Oder 1500 zumindest. Wir auf jeden Fall... Ey, der hat ein LaFamilia-Cape. Hey, Brudi. Brudi, Brudi, komm auf. Du hast ein LaFamilia-Cape. Das ist auf jeden Fall ein Homie von mir. Und zack, Homie getötet. Irgendwie auch ein bisschen assi. Aber wir sind bei Teams verboten. Da darf man doch nicht teamen. Ja, wäre cool, wenn wir das nochmal packen würden vielleicht. Und das macht mir schon ein Spaßesformat, würde ich sagen. Folgendes. Ihr habt natürlich ein bisschen Feedback auch dagelassen. Und ihr habt ganz richtig erkannt, wenn ich jetzt jemanden random im Spiel töte, dann kann der ja nicht zu mir... Oh Gott. Dann kann der ja nicht zu mir schreiben. Ey, du Hacker. Das geht ja nicht. Das ist natürlich korrekt, dass das nicht geht. Aber meiner Erfahrung nach bleiben die Leute fürgewöhnlich drin, um dann nach dem Match, wenn man gewonnen hat, zu schreiben, ey, du Hacker. Beziehungsweise oder die Leute, und deswegen habe ich das auch bei der letzten Folge gesagt, die Kills, die man im Deathmatch macht, das sind die wichtigsten. Weil das sind dann die Leute, die so aus der Wut heraus, der hat mich gekillt, Hacker. Wisst ihr, Leute? Oh, fuck, ich habe mich aus dem rausgetabt. Oh, Leute, es tut mir leid. Ich habe mich verdrückt. Nein, bitte, schlag mich nicht. Ja, also das ist halt das Wichtigste, wisst ihr. Und ja, deswegen... Hey, wir sind schon wollen, der Typ heißt EnjoyMyPing. Hacker-Beleidigung incoming, Leute. Ich werde alles geben. Nee, ich darf die Angel nicht benutzen. Er muss einfach denken, dass ich Kill-Aure habe oder so. Deswegen mal keine Angel, kein Bogen, Schwert. Nur Schwert, Leute. Schwert ist immer das. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. So, und dann, wenn er mich angekombot, habe ich natürlich ein Problem. So, und jetzt? Komm. Oh Gott, er gibt mir gut, Leute. Komm, bitte, 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 bitte. Und? Na, komm, komm, da muss jetzt was gehen. Komm. Komm, das war... Gewonnen! Ich schreibe, danke. 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 Da haben wir es gar nicht bei der ersten Runde geschafft, Leute. Falls jetzt vielleicht manche von euch das nicht ganz nachvollziehen können. Enjoy bedeutet Enjoy Bun. Sprich, du bist ein Hacker und ich banne dich. Deswegen Enjoy. Vermut, doch. Vielleicht bin ich jetzt auch dumm und check das nicht richtig, aber ich glaube schon, dass das in dem Zusammenhang gemeint ist, oder? Gut, die Leute, wir machen einfach mal Uncut heute. Heute gibt es mal Uncut. Hey, meine Rabauken. Herzlich willkommen zu der zweiten Runde. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Der Schuh wäre echt nice, wenn wir es nochmal packen würden. Das wäre doch echt sehr pretty. Wir gucken hier. Schwert haben wir schon mal am Start. Nein, haben wir. Zack, zack, zack. Okay, let's go. Weiter geht's. Da ist ein Gegner. Ein Arab. Hörst du, es ist Arab. Nein, komm, der hat ein Steinschwert. Oh Gott, oh Gott. Und? Nein, da war die Range nicht da. Enttäuscht mich nicht. Und? Nein. Nicht abstauben. Nein. Arschloch. Urschluch. Okay, Brustpanzer. Okay, habe ich schon an. Shit. Wo ist er hin? Oh Gott, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, jetzt einfach mal ganz fix ausrüsten. So. Oh Gott, Leute, ich bin in Hektik. Ein bisschen, ja. So, dann machen wir das. So. Habe ich einen Helm? Verdammt, habe ich schlechte Ausrüstung. Das kann doch nicht wahr sein. Da waren irgendwie sau viele Kirchen. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat er gecheckt, dass ich noch lebe? Ja, hat er. Shit. Verpiss dich, Moritz. Toys, kann ich mich nicht ausrüsten. Nein. Oh, ich habe noch ein zweites. Leute, ich habe mich aus der Seen verdrückt. Oh mein Gott, war das Fail. Hey, da ist eine Kiste. Oh mein. Lass mich in Ruhe, Moritz. Mann, jetzt kann ich mich nicht ausrüsten. Ich habe voll die Scheißrüstung. Ich habe lieber einen Helm. Oh man, vielleicht habe ich Glück, wenn einer springt runter oder so. Och man, Leute. Das habe ich mir jetzt aber alles ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier cutten soll. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen doof, oder wenn ich hier so festsitze. Vielleicht kann ich mich hochboosten. Soll ich mich hochboosten? Nein, das klappt niemals, oder? Okay, Deathmatch beginnt. Na, alles gechillt. Habe ich denn hier noch irgendetwas, was ich mir irgendwie... Es sieht schlecht aus, Leute. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Deathmatch was reißen werden. Wir probieren es aus. War auf jeden Fall eine Mies-Aktion davon hinne. Ne, aber da kannst du natürlich nichts machen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier ein bisschen im Kreis. Na, 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 na. Ich wollte, wisst ihr, Leute, was mein Plan war. Ich wollte den Underground und mich da ausrüsten. Aber das ging ja leider nicht. Denn, da ist mir einer zuvor gekommen, hat mich runtergeprügelt. Ich glaube, ich war ohne Witz noch nie hier unten. Ich meine, ich habe schon viele Leute hier runtergeschlagen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier echt mal hier unten war. Und wenn, dann hatte ich eh keinen Bock und wäre sofort in den Tod gesprungen. Leute, wollen wir ein Spiel machen? Ich springe im letzten Moment ab. Und dann beginnt das Deathmatch. Oh, da ist ein Gegner. Hallo. 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 Ey. All inclusive. Ich habe gleich Hunger. Ich werde mal ein bisschen laufen und dann essen. Ey, du gehst aber nicht zu mir runter. Das kannst du. Oh, Leute. Jetzt geht es da aber ab. Alle drei. Oh, der eine wäre runtergefallen. What the fuck, man. Okay, die gehen gleich instant auf mich. Finde ich auf jeden Fall nice. Aber wieso rennt der eine mir so krank hinterher? Da soll ich mal abhauen. Oh, ich so schlechte Rüstung habe. Vielleicht kann ich ja gegen... Die haben alle auch einen Goldapfel, Mann. Was ist denn da los bei den Rich Kids? Vielleicht der da? Der hat einen Helm und einen Diapanzer. Das ist ja schon... Ja, aber wenn ich jetzt einen angreife, wird man eh instant abgestaubt. Genau das wird nämlich passieren. Oh, da jetzt können wir... Oh, da vielleicht. Hey, Leute. Wieso habe ich den nicht... Nein. Hau mal ab hier. Oh, der hat gut Schaden gefressen. Vielleicht kann ich den jetzt machen. Oh, Leute. Der hat jetzt gut kassiert. Nice. Den Hangover kann ich machen, Leute. Nice. Ich habe Hangover... Oh, 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 oh. Hau da ab. Oh, mein Gott. Ich habe überlebt. Oh. Verdammt, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte die Runde gewonnen. Oh, Leute. Es tut mir leid. Wir sehen uns in der dritten Runde. Bis gleich. Hey, meine Baugen. Und herzlich willkommen auf der dritten Map. Nämlich auf Hotel. Und mal sehen, ob es dieses Mal uns wieder gelingt, als Hacker beleidigt zu werden. Bisher hat es ja uns... Bisher lief es ja ganz gut. Die erste Runde war nice. Die zweite Runde war dann etwas... Naja. Etwas Pech, ne? Kann man ja schon so sagen. War ein bisschen unglücklich. Aber da machst du nix. Solche Runden gibt es auch mal. Also die zwei, so. Okay. Ein bisschen mehr Rüstung wäre... Jetzt nicht so verkehrt. Und ein bisschen Essen. Verdammt nochmal. Wieso gibt es denn hier kein Essen, Mensch? Vielleicht da. Aber die ist eh schon gelootet, denke ich. Da kämpfen sie. Da kann ich mich doch vielleicht einmischen. Der hat aber gutes Equip. Sollte aber vielleicht low sein. Jawohl. Keine Ahnung, ob der uns macht, Leute. Ich glaube schon. Oh nein, wir haben ihn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Essen. Mir juckt kurz die Nase, Leute. Ah, alles rot. So. Zack, zack. Ah, zack. Hm. So. So. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir das doch jetzt. Das ist alles Picobella. Ja. Gute Ausrüstung. Alles da, um als Hecker beleidigt zu werden. Let's go. Da hinten sind auf jeden Fall wieder welche am Stissel. Der hat auf jeden Fall über Equipped. Und da haben wir ihn noch schon. So. So. Let's go. Der nächste. Ein Phasen-Skin war das. Den habe ich den Arsch gerettet. Und jetzt werde ich ihn killen. Leute, der heißt Skill... Skill Aura. Cooler Name. Nicht Kill Aura, Skill Aura. Wisst ihr? Mischbeschad, ne? Der will jetzt vielleicht abstauben. Ne, der lässt mich nur... Oh. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, du willst jetzt von hinten kommen, ne? Aber nicht mit mir, mein Lieber. Nicht mit mir, du. Oh Gott, der gibt aber eine gute Kombo, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Phasen-Typ ist immer noch da. Und jetzt will Phasen abstauben. Oh Gott, da besabber ich mich sogar gleich, Leute. Ich hoffe, das hat man in der verdammten Facecam nicht gesehen. Hier will es auch noch kommen, ne? Kein Problem, Digga. Ich räume erst mal auf. Oh, der killt uns, Leute. Der killt uns. Mein halbes Herz. Abstauber. Verdammt noch mal, du. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich auch mal ein bisschen rumrage. Egal, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben. Das ist ja wirklich super cool, wenn wir wieder so viele Likes schaffen, wie beim letzten Mal. Dann ist sicherlich auch Debitor wieder mit von der Partie. Wir haben es geschafft. Erste Runde. Eine von drei Runden ist es uns gelungen. Kann man schon stehen lassen. Und wir sehen uns morgen, Leute. Haut rein. Tschüssi. Puh.